Willkommen zurück zu Disney Infinity 3.0 Freunde, ja, jetzt gibt es das Vorstellungsvideo von Hook, ich habe wieder die Tollbox mal gestartet, aber ich glaube, das werden wir in Zukunft sein lassen, das nimmt viel zu viel Zeit von heutigen Zeit halt eben weg, weil wir müssen bedenken, in knappen zwei Stunden geht es ja schon los mit Livestream, Freunde, oder in einer guten Stunde, keine Ahnung wann. Wird auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr lustig und jetzt geht es los mit Hook. Nein, das ist mir gerade von der Base runtergefallen. Warum? Warum? Worauf warten wir noch? Los geht's! Langsam, langsam, langsam. So, mit Hook haben wir nämlich jetzt auch alle aus dem Cars-Playset, wirklich alle, die man sammeln kann, mit der speziellen Version von Lightning. Also Hook finde ich richtig cool, ist einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Cars-Playset, neben Lightning, habe ich aber schon mal erwähnt, glaube ich, beim Unboxing. Und, ähm, ja, so sieht das aus, wenn er ganz schnell rückwärts fährt und du siehst aus, wenn er rückwärts fährt. Oh, er ist angry! Er ist richtig angry! Oh mein Gott, ich bin so gut! Ich bin so gut! Ich bin so gut! Ich treme total durch! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich mach Breakdance! Mach Breakdance! Mach Breakdance, Digga! Mach Breakdance, komm! Nein, du sollst nicht Gas geben, mach Breakdance! Jawohl, Breakdance! Bist du schlecht! Ei, ei, ei! Und ja, so hoopt er. Okay. Okay. Was mir aufgefallen ist, die Figuren verzögern das Driften ein bisschen, aber das sieht richtig cool aus. Man kann bis zur letzten Sekunde mit den Autos driften, das finde ich wirklich mega cool. Ja, auch Hook müssen wir jetzt auf Stufe 1 bringen, Freunde. Das bedeutet, wir gehen wieder zu den Gegnern. Gegner, 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 Gegner. Wo sind die Gegner? Die kommen gleich, die sind hier. Ich brauche einen Gegner, der viel, äh, der viel Dinger gibt, das, wer, glaube ich, in dem Fall mag es. Das bedeutet, ich muss mich auch erst mal ausrüsten hier mit, äh, oh mein Gott, oh mein Gott! Schieß doch! Mein Gott, ich schieße immer daneben. Ich muss erst mal herkommen lassen, der fliegt ja hier gleich runter. Ui, gut, wie schnell er ist! Er ist Flash! Ja, ja, ja! Ach, komm schon! Gib mir doch... Ich wünsche mir mal so sehr, ähm, mir Funken mit einem, mit einem Mal auf Stufe 1 zu sein. Das wäre so legendär, aber nein, das passiert ja in dem Spiel hier nie. Mein Gott, ich war, das war so gut. Das war Beste. Nein! Beste ever. Ja, schieß doch daneben, hier, komm. Guck mal, ich bin ein richtiger Badass. Au, au, au. Yep. 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 Wieder so grad vorhin wie bei Mike. Yep, yep. Yep. Juhu! Meine Kolken singet wie ne Nähmaschine! Ja, ich sing auch gleich hier wie ne Nähmaschine. Weil ich jetzt richtig glücklich bin, dich zu haben, Hook. Und... Ja, ist voll witzig. Ach ja, genau. Und da... So kann man ja auch noch rammen. Das ist sehr hilfreich bei dem Rennen. Was macht er da? Was macht er da? Er hat getrunken. Trinkt nicht so viel, Hook. Er darf nicht... Was machst du da? Hör auf, dich flach zu le... Was war das? Guck dir das mal an. Der trinkt zu viel. Er trinkt zu viel. In die Richtung funktioniert das... Hook, nicht zu viel Alkohol trinken. Das ist besser für dich. Nicht Alkohol. Alkohol pui. So, hast du das verstanden? Er scheint es verkapiert zu haben. Ja, Freunde. Das war das Vorstellungsvideo von Hook gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgen würdet, auf Google Plus. Oder wenn ihr dieses Video auch kommentieren würdet. Das würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal für das nächste Vorstellungsvideo wieder. Und ich würde sagen, bis dahin. Und Peace!